Sei spielbereit. Was bedeutet das? Wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir uns alles anschauen, was vor dem Klang passiert. Im Wesentlichen geht es dann um deine Körperhaltung. Wie halte ich das Saxophon? Und warum macht es überhaupt Sinn, darüber nachzudenken? Wenn der Klang dein Haus ist, dann ist der Körper dein Fundament. Ein stabiler und flexibler Klang braucht ein stabiles und flexibles Fundament. Worauf du vor dem Klang bei deiner Körperhaltung achten solltest, egal welches Saxophon du spielst, das zeige ich dir in diesem Video. Das Saxophon ist ein körperliches Instrument. Der Klang entsteht in deinem Körper und wenn der nicht bereit ist, dann wird es schnell quietschig, gepresst. Im schlimmsten Fall kommt gar nichts raus. Das hat mit den Resonanzräumen zu tun. Gitarren, Celli, Kontrabässe, Klaviere, die haben alle diesen Holzkasten. Streicher und Pianisten, bitte entschuldigt diese Wortwahl. Doch ihr wisst, was ich meine. Dieser Holzkasten, der ist der Resonanzraum. Und der sorgt dafür, dass der Klang dieser Instrumente erstmal hörbar wird und auch besonders schön werden kann. Beim Saxophon ist das anders. Es ist zwar innen hohl, doch das ist kein Resonanzraum. Die Resonanzräume liegen in dir, in deinem Körper. Genauso wie bei Sängerinnen und Sängern. Ich kann dir das mal vormachen. Das einzige, was ich verändert habe, ist, ich nehme die Schultern nach vorne und den macht den Brustraum eng. Dann hörst du, die Stimme wird eng. Wenn ich den Brustraum größer mache, dann wird die Stimme sonorer. Hier habe ich keine Oktavklappe gedrückt. Du hast den Daumen gesehen, der war nicht aktiv. Die Schultern waren aktiv und der Brustraum. Das verändert den Klang oder lässt ihn oktavieren. Die Größe des Resonanzraumes, die bestimmt deinen Klang. Und das schon, bevor der Klang losgeht. Auch die Tonproduktion ist dem Gesang ähnlich. Diese ominöse Luftstütze, die findet im Becken statt. Hier wird dein Klang, hier wird deine Luftsäule gestützt. Warum sage ich ominös? Du hast sicher schon davon gehört, doch irgendwie konntest du dieses Thema noch nicht so ganz greifen. Und das liegt in der Natur der Sache. Denn der Zwerchfellmuskel, der ist verantwortlich für unsere Stütze. Der stützt die Luftsäule. Doch den, den kannst du nicht spüren. Der ist zwar der größte Muskel in unserem Körper, den wir haben, Doch der hat keine Rezeptoren, die dir den Spannungszustand anzeigen könnten. So wie wenn du den Bizeps anspannst, dann spürst du das. Beim Zwerchfellmuskel spürst du nichts. Und deswegen ist der so schwer zu trainieren. Doch die Resonanzräume und die Atemstütze, das sind eigene umfangreiche Themen. Dazu gibt es noch Saxophon-Tipps. Beziehungsweise schau mal in der Playlist nach. Da gab es auch schon welche. Oder warte ab auf zukünftige Saxophon-Tipps. Wichtig ist für dich und für dieses Video erst einmal zu verstehen, dass alleine für die Atemtätigkeit und die Funktionsfähigkeit des Klanges die Körperhaltung schon wichtig ist. Und die regeln wir vor dem Klang. Wie sieht die nun aus? Für alle Saxophone gilt, dass du vor dem Klang spielbereit sein musst. Was verstehe ich nun unter spielbereit? Das sind vier Punkte. Erst einmal verstehe ich darunter den stabilen Stand. Du stehst auf deinen Füßen. Die Füße sind schulterbreit auseinander. Du stehst auf dem ganzen Fuß. Vielleicht etwas mehr Richtung Fußballen. Das kannst du so ein bisschen nachspüren und ausprobieren. Die Knie, die sind nicht überstreckt, sondern weich. Das heißt vor dem Kipppunkt, du gehst nicht in die Knie. Die Knie sind gestreckt, aber nicht überstreckt. So sieht es aus. Dein Becken ruht auf den Beinen, auf diesen beiden Säulen. Die sind flexibel, weil die knieweich sind. Du spürst dein Körpergewicht auf den Fußsohlen. Und das ist der stabile Stand. Von da aus richtest du dich auf. Du hebst dein Brustbein an. Damit wird der Oberkörper größer. Du rollst die Schultern zurück. Und das geht am leichtesten, indem du dich auf deine Schulterblätter fokussierst. Die gehen nach unten und zur Wirbelsäule hin. Dann entsteht im Oberkörper so eine Spannung. Und das zeigt dir an, dass dein Oberkörper groß und aufgerichtet ist. Das ist der aufrechte Stand. Die besondere Anstrengung für uns Saxophonisten ist, dass wir diese Spannung im Oberkörper, die dadurch entsteht, dass deine Schultern zurückgerollt sind und dein Brustbein gehoben ist, dass du die auch während des Blasens aufrechterhältst. Also eigentlich gegen das Ausatmen hier anarbeitest. Denn du willst ja auch, dass am Ende deines Atemzuges noch der tiefe Ton klingt und nicht oktaviert. Der braucht auch am Schluss noch diesen großen Resonanzraum. Vielleicht da sogar noch mehr als am Anfang. Und deswegen musst du da groß bleiben. Das ist anstrengend und das muss man trainieren. Nach stabilem Stand, aufrechten Stand, nimmst du dein Saxophon bewusst in die Hand. Du greifst direkt den ersten Griff. Und dabei kannst du schon mal nachspüren, wie stark du auf die Klappen drückst. Denn eigentlich ist da ja nur so viel Druck nötig, um diese Federkraft, die die Klappen offen halten, zu überwinden. Und das ist nicht sehr viel Druck. Du kannst also viel leichter auf die Klappen draufdrücken und das kannst du jetzt in diesem Moment nachspüren. Du kannst aber auch nachspüren, was die Finger machen, die gerade nichts zu tun haben. Sind die entspannt oder steht da ein kleiner Finger weg? Oder ist da die rechte Hand unter Spannung? Die passiven Finger, so nenne ich sie, die können entspannt über den Klappen schweben. Naja, und dann ist da noch der Resonanzraum, den du vor diesem ersten Klang in dieser Phase schon mal vorausspüren kannst, damit der Ton auch wirklich sicher anspringt. Das nenne ich Erstkontakt. Du siehst, du hast jetzt schon einige bewusste Schritte vollzogen, obwohl du noch gar nicht in das Saxophon reingeblasen hast. Eines muss dir klar sein. Alles, was du vor dem Klang vernachlässigst, wirst du während des Klanges nicht mehr korrigieren können. Ein gepresster Klang, da hast du keine Chance mehr, den völlig frei zu bekommen. Das ist die wichtigste Botschaft dieses Videos. Vor dem Klang bestimmst du, wie dein Klang klingt. Und wir sind immer noch nicht beim Blasen angekommen. Zuvor kommt noch der Zweitkontakt. Und das bedeutet, du setzt die Tatsache, oberen Schneidezähne auf das Mundstück ab. Das soll eine höchst stabile Verbindung werden. Die soll auch während des Atmens, während des Stückes auf keinen Fall mehr verrutschen. Sei ein Narwal. Kennst du dieses Tier? Der Narwal, der hat so einen langen Dorn vorne raus. Das ist kein Horn wie bei einem Marshorn, sondern das ist ein verlängerter Zahn. Und genau so soll das Saxophon für dich sein. Der Zahnkontakt auf dem Mundstück, der soll sich so anfühlen, als ob das Saxophon eine Verlängerung deines Zahnes wird und damit unverrückbar stabil bleibt. Damit du dieses Feeling bekommst, spüre dein Kopfgewicht über die oberen Schneidezähne auf dem Mundstück. Übe, dass du diesen Druck auch während dem Spielen, vor allem auch in den Atempausen, spüren kannst. Konkret, kurz vor der Atempause, spüre den Druck auf dem Mundstück, spüre die Verbindung, diese stabile Verbindung Zähne-Mundstück und behalte sie während dem Einatmen bei. Deine Zähne sollen auf keinen Fall verrutschen oder gar sich vom Mundstück lösen. Ich klebe mir da so eine Bissplatte aufs Mundstück. Das vermindert die Rutschgefahr und schützt die Zähne, weil es die Schwingungen vom Mundstück gegenüber den Zähnen dämpft. Jetzt bist du spielbereit. In dieser Position kannst du ewig warten, bis der Dirigent den Einsatz gibt, die Band loslegt, die Play-Along-CD startet. Egal, worauf du wartest, du bist spielbereit. Jetzt atmest du ein und bläst. Das ist alles, was noch kommt. Und dieser Ton, der kommt auf jeden Fall, wenn du so vorbereitet bist. Übe am besten beim Einspielen an diese vier Schritte zu denken und dein Körpergefühl dafür zu routinieren. Diese vier Schritte, das sind stabiler Stand, aufrechter Stand, Erstkontakt mit den Fingern, Zweitkontakt mit dem Ansatz. Diese vier Schritte gelten für jedes Saxophon. Mache sie Dir deshalb erst einmal klar. Im nächsten Video zeige ich Dir dann, wie das konkret ausschaut im Stehen und im Sitzen. Und zwar mit jedem Saxophon. Abonniere unten in der Videobeschreibung mein Newsletter, dann verpasst du keinen Saxophon-Tipp mehr. Viel Erfolg und bis dann.